Ihr seid zu weit entfernt. Ihr schlagt den Gong mit dem Schlegel, er macht kein Geräusch, ihr könnt ihn doch eine leichte Schwingung spüren. Da waren einige fallen. Worum geht es diesmal? Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Für euch tue ich alles, wenn das euer Mund stellt. Du musst dumm sein. Okay. Hier haben wir nicht nur das Gefühl, dass es die einzigen beiden Fallen hier drin sind. Gut. Ja? Ihr braucht nur zu früh. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. So, jetzt haben wir den Gong geschlagen. Er macht kein Geräusch, aber wir hören eine leichte Schwingung. Wir machen aber erstmal noch hier einen Abstecher. Mit Vergnügen. Worum geht ihr? Braucht nur zu fragen. Ja, mein Schatz. Mit Vergnügen. Ja? Okay. Ihr braucht nur zu fragen. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Das hier ist eine Dampfmaschine. Aha. Bleibt zurück und geht ab. Worum geht ihr braucht? Nur zu fragen. Und die treibt die Presse an. Bitte in die Tafel diese selben Maschine. Der Scheiter scheint abgebrochen. Komm, nervt jemand an. Ja? Der Moboto beginnt leise zu summen. Ja, und wir sind entscheidend losgeworden. Wie ihr wünscht. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Stolz und Habgier hatten wir. Was bist du? Ihr habt noch nicht, was ich benötige. Ah ja, das war der Wein. Ihr habt die... des Rätsels Lösung. Ich bin die Furcht. Ich werde an diesem Ort... Ich werde euch an diesem Ort der Vernappnis zerstören. Mhm. Worum geht? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, ihr legt die Trauben in die Presse und fangt an mit ihren Saft in einer... Umfangt ihren Saft in einer Flasche auf. Ich habe keinen Bock zu aiden. So, genau. Die beiden Sachen können wir mal ihm zuschieben. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Naja, bevor wir jetzt weiter können... Also wir können mit ihm reden und dann geht die Kacke los. Das weiß ich noch. Was ist es diesmal? Deswegen... Wie kann ich helfen? Säger der Nacht, gebt mir Kraft, ja? Ihr habt geläutert. Willen wir bis diesmal? Säger der Nacht, gebt mir Kraft, ja? Beteiligungskoordination... Du, das da? Beherrschung... Nö, bringt nichts. Habe ich jetzt schon ein Chaos-Schild? Nein, ein Chaos-Schild sollte ich auch noch drauf verlatschen. Wie kann ich helfen? Hast du? Vielleicht noch Furchtbann? Naja, du kannst noch Säulen schlürfen und du kannst noch Waffe vergiften. Ihr habt es jetzt als Lösung. Ich bin die Liebe. An diesem verfluchten Ort muss ich gemordet werden. Ihr seid es wert, durch dieses Boot zu treten, auch wenn ich den Schlüssel weiterhin mit meinem Leben bewache. Liebe, Angst, Stolz und Habsucht. Ihr habt jetzt, rette ich die Lage. So. Ja? Ein Schlüsselstein. Ebene 1 und ein Kurzschwert. Hm. Und Erfahrungspunkte, jede Menge. Nicht mehr lange. Also ja, wir lassen uns jetzt erst einmal zurückfallen, damit wir rasten und heilen können. Jail Kales? Worum geht es diesmal? Sänger der Nacht, gebt mir Kraft. Vita, Mortis. 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 So, wir machen den Quicksave und rasten jetzt. Die restliche Heilung sollte dadurch auf K-Gain gehen. Ja? Ihr braucht nur zu fragen. Ihr braucht nur zu fragen. Kales. Wie geht es mir? Nein! Ja. 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 Ich höre! So, bringen wir die mal um. Das hat für Safana leider nicht gereicht. Egal. Hat auf jeden Fall für mein letztes Level abgereicht. Oh, bin ich den Gong? Nein, den Gong habe ich noch. Ah ja, das Tote vertreiben jetzt gerade eben war sowas von nützlich. So, Stufenerhöhung. Zudem ist die Magie-Zauber des vierten Grades. Acht Mehrfachpunkte und zehn Sagenkunde. Mh, vierter. Yay, yay, yay. Steinhaut, geringer Kettenzauber eigentlich. Ja? Der ist nämlich toll. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, okay, Gain ist leider nicht voll geheilt, aber fast. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, und dann können wir in die nächste Ebene. Ach ja, das war die Ebene. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Wut und Zorn bewegen... Wut und Zorn bewegen ihn nicht länger. Gefühllust ist er der verräterische Doppelgänger. Mhm. Zu jung zum Kämpfen, noch nicht zum Sterben. Es gibt kein Entrinn für ihn. Furnobol, mein... Furnobol... Furnobol, mein Erbe. Mhm. O'Kiel, Klammprinz dieser düstern Runde. Du machst den Tod zu deiner besten Stunde. Islan, mein Weib, meine Angebetete. Nur deine Gestalt war's, die ich tötete. Aber natürlich, Schätzchen. So, jetzt ist die Frage... ...ob hier wieder Fallen sind. Ah, ich hab irgendeine Illusion entdeckt. Aber keine Ahnung, was für eine. Ach, die zwei Türen. Worum geht wie ihr wünscht. Aus den verwobenen Tiefen des Teppiches starrt euch die zusammengekaute Gestalt eines Doppelgängers an. Sein Blick scheint euch zu folgen und manchmal zu den Spinnweben bedeckten Stattungen an beiden Seiten zu schweifen. Also ja, wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich sagen... ...an diesem Ding ist eine Falle, oder? Für euch tue ich alles, aber natürlich, Schätzchen. Falle nicht. Okay, doch, Falle. Also erstmal noch ein frischer Wahrnehmungstrank. Ja, mein Schatz, wenn das euer Wunsch ist. So. Wie kann ich ihr brauchen? Nur zu fragen. Oh. Größeres Unbehagen. Ein Wasserober, ein Gegengift. Und fünf Hastrollen. Okay, das hat leider nicht geklappt. Again, hier hast du das. Gegengift. Fünf Hastrollen. Fünf Hastrollen. Für euch mitvergültig. Wie kann ich helfen? Ist meine Heimat sehr ähnlich. Aber in dieser Heimat bin ich nicht willkommen. Ja, ganz in der Nähe hat sich eine Tür geöffnet. Diese Tür da. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wenn das euer Wunsch ist. Also ja, gehen wir erstmal nach Norden. Wobei ich sagen würde, dass wir jetzt erstmal speichern werden. Also ja, hier ist es auch noch relativ groß. Gut. Speichern. Das ist jetzt 33. Let's play. 0.33. Speichern. Und dann machen wir hier wieder einen Cut. Also, bis gleich.